Junge so schön mit dir gespielt und du machst nicht also nicht auch mit dir mit dir zertittert und sag ich mal weg Junge wegen dir geht er rein Ich bin Blocklesser Mama Ich bin Jeder nicht Das waren meine dicken Hohen die ich gerade zwischen den Eiern zwischen meinen Beinen Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocket League 2 gegen 2 mit Marcel der sich jetzt gleich vorstellen wird Hallo ich bin Marcel Ihnen gerade habe ich noch gesagt ich bin Marcel und Verteidiger gerne Tore aber Jason hat vergessen aufzunehmen Und es läuft ich bin Ihnen gerade so fasziniert davon gewesen wie zwei meine Grafik ist Also wir müssen jetzt erstmal zusammenreißen Dann muss ich mich halten Sorry Ne aber das Spiel eben gerade wo ich aus Versehen nicht auf dem Aufnahme Knopf gedrückt habe Es war einfach am Ende 8 0 Ah 7 Man ist ja fast 8 Ja Und auch fast 6 Ja und das zu zeigen wäre eh scheiße gewesen Okay Ja du dich selber Oh Junge Ich habe Ballkameraden Da sehe ich nichts Achso bei mir zählt die Ausradie nicht aber bei dir oder was Ich weiß ja nicht dass du Ballkameraden hast Seht ihr das meine ich deswegen könnte ich Jedes mal immer wieder fast ausrasten wenn ich mit dem spiele immer sagt er nichts Ich will mir aber sagen dass ich was sagen muss Mhm Ach du scheiße Komm hier in die Richtung Ja 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 Ich bin Outplay Du machst nicht mal ein Tor Junge ne noch so ein Ding und jetzt klatsch eine Zack hier da Mitte Ja komm noch her Ja komm noch her Sind ja noch ein paar Kilometer Junge so schön Mitte gespielt und du machst nicht Ja hörst du mich auch Mitte Mitte zertetet und sag ich mach Dreck nicht Ja Diesmal war es gar nicht so scheiße von dir Ja man ruhig mal klatschen Alter du willst mich echt rummeln und rammelnden Pummel Was haben wir gerade getan hast Ne wie konntest du denn ihn gerade daneben fahren nochmal Also du musst wirklich nur Vielleicht spielst du wirklich mal mit Kontrollern rum Nein auf keinsten Ja so ist es auch nicht gut Junge wegen dir geht das rein Mama ich bin Blocklesser war warm Ich bin Ja Jeder nicht Mano 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 Ich find dasIND Ich hab, keine shit Hm Ich FEIN Ich zeig ihm gleich richtig wie die wie sein beschissener scheiß Name passt Irgendwann Oh, schade. Irgendwann Ich würde jetzt erst Nitro Kannst machen, was du willst Aber solange du gegenfährst Jason Ja, oh, dann beruhigen doch nicht, wenn ich gegenfahren soll Weißt du, sag doch selber mal was Seht ihr, das meine ich. Ich soll mir was sagen, aber er sagt auch nichts Alter, ich so, Jason, Jason, so Ich komme Aber ohnehin was zu sagen Weißt du, er kann hier nicht mit rechnen, wenn du bekommst oder nicht Kannst ja immer noch nicht riechen, weißt du aber bestimmt Das waren meine dicken Hohnen, die ich gerade zwischen den Eiern Zwischen meinen Beinen Genau Das Dreckstor habe ich mir gerade einen runtergeholt, habe ich Elendes Dreckstor Alles klar Nein Man Warum schaffe ich es auch nie hinterher zu fliegen Mein Nitro Gut zu essen Na, ich weiß Ha, Outplay Oh, bitte geh rein Ach, f*** die Hände, man Ja, ja, mach halt Richtung Maul halten Na, guck mal, ich stelle echt einen Zentimeter vor den Ball, dann kann ich halt nicht so geil fliegen Mal hin, es helfe ich Oh man Ist jetzt nicht gerade dein Ernst gewesen, oder? Alter, sowas machst du andauernd Überhaupt dich zu beschweren Mitte Ja, fast Du hattest einen Job Mann, warum steht der da? Boah, Hitman, du regst auf Mitte Komm, Digga runter, zeig mir, Baby Na dann Wir sehen uns Zum nächsten Match In Einer Sekunde Und das ist halt einfach echt so Weißt du, was losgeht und du vergessen hast, was zu sagen? Oh Stimmt Äh, ja Willkommen zum nächsten Match Ach du Scheiße Du hättest ja einfach mal die Initiative ergreifen können und es selbst tun können Ne Siehste, das sind Mates, weißt du Wollen hier mit aufnehmen, weißt du Und dann so und was Du hast mich gestern gefragt Du hast mich gestern gefragt, ja Wer wollte denn sein Wer hat in seinem Video schon dreimal davor gesagt, dass er unbedingt mit mir mal aufnehmen will Ja, 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 ja Ne Mach nichts mehr hier Määä Was spielst du schlecht, ne? Dann hast du angefangen, den League zu spielen Lass den das bloß nicht hören, man Nachher ist der eingeschnappt Ach ja Na ja, da Wenn, dann schnappt er halt mal Guck mal Outblade Boah, Batmobil, verpiss dich Was machst du immer? Boah, Rofelkopter Was? Ne, ich hab auch bald, ich hab keinen Bock mehr Rofelkopter? Ne, guck mal Weißt du, was du immer machst? Du fährst halt immer so an der Wand lang und dann so Was? Ja, das machst du halt immer Was ist halt immer so Meinst du, wie so ne nasse Ja, wie so ein Sonst Was ey Okay, Mitte Ne, ich bin jetzt auch Jason Das hat was wohl geklappt Wih, Jason Ah, da war ein Lag Hallo Leck, kannst du mal aufhören, bitte Machst du endlich, danke Ui, ich hab auch noch so gemacht Aha, that's my shit Ja Oben steht Aptap Server EU 221 Pascal Jetzt weißt du, warum das Server ums Leck Von wegen Pascal Ja Warum steht ihr da alle? Ah Komm her Mach du Hallo, danke Hallo Oh, da musst du ja nochmal dran kommen, ne? Mitte Ja, super, Mitte Hier, ich mach auf Bitte Mhm Safe Ja Ach, Meno, 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 Meno Jetzt verstehe ich immer, was die anderen immer sagen Was die anderen Let's Player immer sagen So reden und nebenbei spielen Und alles mitzubekommen Also auf zwei Dinge so sich konzentrieren Ist gar nicht so einfach Doch, aber du redest nicht Ja, weil ich mich halt nur auf eins konzentriere Ja, du konzentriest dich sogar wirklich nur aufs Spielen, Alter Ja, sei doch froh, dass ich's tue Ne Ja Okay Klaus kann das auch Wer ist Klaus? Klaus hat das auch mit dem geklauten Haus Wenn Klaus einfach nur Klaus ist, dann ist Hans der mit dem kleinen Schwanz Ne, ich mein jetzt aber nicht mal wirklich Ich mein halt wirklich Klaus Odin, aka Jesus Klaus, Odin, aka Jesus Kennst du nicht noch? Ne, nicht wirklich Hast du also noch nie GLP geguckt? Ne Alles klar Alles klar Deswegen hast du einen kleinen Schwanz Alter Da siehst du das passiert, wenn ich mich in, äh Zum Beispiel nur aufs Spiel konzentriere Ne, das machst du andauernd Egal, guck mal, du machst immer so Hier, ich will Ui Hat's doch gar funktioniert Ne, du fährst halt immer echt so kacke daneben Wohol der so easy ist Versteh ich halt nicht Nur gar Nick kann fliegen Und Nick hat nach dir angefangen Ja, Nick denkt trotzdem, er wäre der Größte Ne, kann aber trotzdem fliegen Oh, da ist der reingehend Ehrlich Und durch meine Hilfe Löcher ist kein Nitro Weißt du was? Guck mal Hier, ohne abzusprechen, hat's geklappt Ja, weil ich mittlerweile seine Scheiße gewöhnt bin Echt? Du gewöhnt sich langsam an seine Scheiße? Cool Ich sehe dir bei Prost Da, fahr doch Es leckt Es leckt Man, ey Es hat geleckt So, hä? Wer spielt jetzt hier nicht ordentlich? Nein, ist in Ordnung Aber ab und zu fahren damit sind wirklich die einfachsten Bälle Oder fährst du zum Beispiel beim Start nicht in den Regen Das ist immer das Lustigste von allen, finde ich Mitte Nicht Mitte Na, siehste mal Alles fast easy Als ob Oh mein Gott Wir haben jetzt ja noch kein einziges Match gewonnen Doch, das allererste Ui Gestern haben wir gerade nur so viel verloren Echt scheiße, dass die Aufnahmen weg sind, ey Was, was, was machst du da in der Ecke? Nitro holen, warten, bis der Ball vernünftig kommt Den Ball nochmal vernünftig spielen Pass auf, Alter Wenn der reingeht, ey Dann hol ich mir aber auch hier noch einen Grundteil Ja, dann Gibt's heute keinen Runterholen Aktion Danke Sogar Sogar Liga 1 Ne, ich hab ja gesagt Wenn ich in Prospect komme Dann nie wieder Liga für mich Liga Ich bin gerade schön wieder in die Liga runter Danke Ich auch Gut, äh Ich weiß es nicht War es jetzt das? War es die Folge? Oder war es War es die Folge? Alles klar Dann Lasst ein Abo da Lasst einen Daumen nach oben da Alles Wichtige findet ihr in der Infobox Genau wie mich Äh Okay, ja Ich hab zwar eigentlich von dem Wichtigen geredet Aber gut Ähm Und Dann Sehen wir uns in der nächsten Folge Die in zwei Tagen wieder auf diesem Kanal erscheinen wird Und dann Bis dahin Ciao Und noch einen schönen Tag Bööö 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 Vielen Dank.